Der Stress. Er sorgt für Herzrhythmusstörungen, schnelles Atmen und Schwitzen. Ergebnis, sie sind weniger effizient und anfälliger für Krankheiten. Bei den Pflanzen ist es auch so, wenn schwierige Wachstumsbedingungen vorhanden sind, können sie nicht ihr maximales Ertragspotenzial ausschöpfen. Eine Algenart hat Strategien entwickelt, um dem Stress auf natürliche Weise zu begegnen. Ihr Name? Ascophilum nodosum. Um es herauszufinden, müssen sie zur Nordatlantik reisen. Insbesondere nach Irland. Auf dem Steingrund wächst die Ascophilum bis zu 1,5 Meter Länge. Bei Ebbe ist die Ascophilum an der freien Luft, wo sie unter schwierigen Bedingungen lebt. Sie leidet unter Trockenheit, Schwankungen vom Salzgehalt, große Temperaturveränderungen und UV-Strahlungen. Aber wie hat es die Ascophilum geschafft, sich anzupassen? Es ist das Ergebnis von Millionen Jahren natürlicher Selektion. Die Algen, die sich ihrer Umgebung am besten anpassen, haben sich vermehrt. Ergebnis? Ascophilum ist reich an Osmoregulanten, komplexen Zuckern, Antioxidationsmitteln und Spurelementen. Irische Bauern haben den hohen Wert des Ascophilum verstanden. Und sie haben es seit Generationen mit der Hand geerntet und auf ihre Felder gesprüht. Heute benutzt TradeCorp eine Technologie, um mit Ascophilum ein Produkt herzustellen, das direkt auf die Pflanze gesprüht werden kann. Filgrin. Sobald es gesprüht wird, dringt Filgrin in die Pflanzen ein und bewirkt eine Reihe von biostimulierenden Reaktionen in der Pflanze. Der Stress in der Pflanze ist reduziert, Nährstoffaufnahme und Photosynthese sind effizienter. Das Wachstum, die Wurzel und Blumen werden stimuliert. Aber warum soll man Filgrin benutzen? Da Filgrin reich an natürlichen Nährstoffen ist, die aus den frischen Ascophilum nodosum extrahiert werden, da es umweltfreundlich mit der Hand geerntet wird und auch, weil Filgrin bei geringen Temperaturen und ohne Zusatz von chemischen Produkten extrahiert wird, sodass die Antistresseigenschaften von Ascophilum erhalten bleiben. Ergebnis? Nach regelmäßigen Anwendungen schöpfen die Pflanzen ihr volles Potential aus und der Ernteertrag wird erhöht. Dank Filgrin.